Hallo liebe Zuhörer, im heutigen MedCast dreht sich alles um die Mukoviszidose. Viel Spaß! Wehe dem Kind, was beim Kuss auf die Wange salzig schmeckt. Es ist verhext und muss bald sterben. Im 17. Jahrhundert wurde Mukoviszidose oder auch Zystische Fibrose, CF, am salzigen Schweiß eines Kindes erkannt und war therapeutisch nicht in den Griff zu bekommen, weshalb die Krankheit oft früh letal endete. Durch eine frühzeitige Diagnose und moderne Therapiemöglichkeiten konnten deutliche Fortschritte in der Versorgung von CF-Patienten erzielt werden. Wie ist die Pathophysiologie der Mukoviszidose? Die Mukoviszidose entsteht durch eine Mutation im CFTR-Gen, Zystic Fibrosis Transmembrance Conductance Regulator. Der epitheliale Chloridkanal ist dadurch defekt. Durch den eingeschränkten Chlorid-Ionentransport und der damit einhergehenden gestörten Wassersekretion kommt es zu einer Störung des Flüssigkeits- und Elektrolythaushaltes in verschiedenen Organen. Es bildet sich zähe Sekret, welches Organgänge verstopft und Entzündungen verursacht. Die Mukoviszidose ist also eine Systemerkrankung, welche zur Sekretionsstörung aller Drüsen führt. Betroffen sind unter anderem Lunge, Pankreas, Leber, Magendarmtrakt, Nasennebenhöhlen und das Fortpflanzungssystem. Zärschleim in diesen Organen führt zu erheblichen Funktionseinbußen. Welche Rolle spielt die Genetik bei Mukoviszidose? Es ist die häufigste angeborene Stoffwechselerkrankung in Deutschland. Ungefähr 1 von 2500 Neugeborenen leidet in Deutschland an Mukoviszidose und somit werden etwa 300 Kinder pro Jahr mit Mukoviszidose geboren. Die Mutation befindet sich auf dem langen Arm von Chromosom 7. Die Krankheit wird autosomal rezessiv vererbt. Es erkranken Homozygote und Compound-Heterozygote. Jeder 25. in der kaukasischen Allgemeinbevölkerung ist Heterozygote-Überträger der TF. In Asien und Afrika ist die Krankheit deutlich seltener. Es sind über 2000 Mutationen des CFTR-Gens mit sehr unterschiedlicher Ausprägung bekannt, wobei nur etwa 300 tatsächlich Mukoviszidose verursachen. Eine Klasse 1 Mutation, welche ca. 10% aller CF-Patienten haben, führt zu einem 100%igen Funktionsverlust, da keine Kanäle synthetisiert werden. Bei der Klasse 2 Mutation sind Proteinreifung des CFTR-Kanals, die Prozessierung und der intrazelluläre Transport des Kanals gestört. Der Kanal erreicht in der Folge die apikale Epitheloberfläche nicht. Über 80% der CF-Patienten sind der Mutationsklasse 2 zuzuordnen. Die häufigste Mutation der Mutationsklasse 2, in Deutschland 70%, ist eine Deletion mit dem Namen F508DEL. Die Klasse 3 Mutation führt dazu, dass der Kanal geschlossen bleibt. Bei der Klasse 4 Mutation ist der Chlorid-Ionenfluss aufgrund einer verminderten Leitfähigkeit reduziert. Die Anzahl funktionstüchtiger Kanäle ist bei der Mutationsklasse 5 wegen einer reduzierten Syntheseleistung vermindert. In der Mutationsklasse 6 wird zwar ein funktionsfähiges CFTR-Protein gebildet, dieses ist aber in der Stabilität reduziert und wird daher vermehrt degradiert. Wie diagnostiziert man die Mukoviszidose? Die frühzeitige Diagnose ist essentiell, um massive Endorganschäden, wie zum Beispiel den Verlust von Lungenfunktionen, zu vermeiden. Im neugeborenen Screening werden das immunreaktive Trypsinogen-IAT und das Pankreatitis-assoziierte Protein PHP aus Trockenblut bestimmt. Durch den Zähenschleimen in der Bauchspeicheldrüse gelangt mehr Trypsinogen in die Blutbahn als beim Gesunden. Beim Schweißtest der Pilokarpin-Iontopherese mit Pilokarpin und Reizstrom ungefähr in der dritten oder vierten Lebenswoche wird die Chlorid-Konzentration im Schweiß gemessen. Die Schweißtropfen laufen in das Messgerät hinein, welches wie eine Armbanduhr getragen wird. Normal beträgt die Chlorid-Konzentration kleiner 30 Millimol pro Liter. Ein Wert größer 60 Millimol pro Liter ist sicher pathologisch und bei CF liegt die Chlorid-Konzentration klassischerweise größer 90 Millimol pro Liter. Auch die genetische Analyse ist sinnvoll und gefordert. Die Bestimmung der genauen Mutation ist relevant, da mutationsspezifische Therapien verfügbar sind. Was sind Komplikationen bei Mukoviszidose? Früherste Manifestation, bei 15% der Patienten der Mukoviszidose ist der Meconium Ilius. Das distale intestinale Obstruktionssyndrom DIOS ist spezifisch für Mukoviszidose. Beim DIOS kommt es aufgrund des eingedickten Darminhaltes zur Obstruktion im terminalen Ilium und im proximalen Kolon. Heranwachsende leiden unter einer Gedeihstörung. Die gesteigerte Schweißsekretion führt zu einem hohen Kochsalzverlust im Schweiß und bei Kindern gegebenenfalls zu einem Salzverlustsyndrom mit hypoklorämischer Alkalose. Die exokrine Pankreasinsuffizienz verursacht Verdauungsprobleme, welche eine Mangelernährung und eine Gedeihstörung zur Folge haben. Osteoporose ist bei erwachsenen CF-Patienten ein besonderes Risiko, weil Mineralstoffe, zum Beispiel Calcium, Zink und Selen, unzureichend resorbiert werden. Aufgrund von Cholestase und Verstopfungen der Gallenwege, zum Beispiel Cholecystolitiasis, können sich eine Leberzirrhose und ein Pfortaderhochdruck entwickeln. Die zunehmende Fibrosierung des Pankreas führt dazu, dass bei mehr als 50% der CF-Patienten mit 15 oder 16 Jahren eine gestörte Glucosetoleranz vorliegt. Viele CF-Patienten entwickeln einen Cystic Fibrosis Related Diabetes CFRD, welcher dem Typ 3 Diabetes zugerechnet wird und völlig anders als ein Typ 2 Diabetes zu behandeln ist. CF-Patienten benötigen nämlich eine hohe Kalorienzufuhr. Es wird auch mit einem Insulinchema gearbeitet. Problematisch sind rezidivierende pulmonale Infekte, welche Oberlappen betonte Bronchiektasen verursachen und damit die Lungenfunktion langfristig stark verschlechtern können. Dies kann im Rahmen einer respiratorischen Globalinsuffizienz schließlich sogar eine Lungentransplantation erforderlich machen. Besonders große Probleme verursacht langfristig vor allem der Keim Pseudomonas aeruginosa aufgrund von zunehmenden Resistenzen. Dieser Keim erfordert eine spezielle Antibiose, beispielsweise mit Topramycin oder Cholestin. Auch mit Staphylococcus aureus und MRSA muss man bei CF-Patienten vermehrt rechnen. Typisch sind weiterhin rezidivierende Sinusitiden und Polypen der Nasennebenhöhlen, Polyposis nasi. Männliche CF-Patienten leiden meist unter primärer Sterilität, aufgrund einer Funktionsstörung des Ductus deferens. Weibliche CF-Patienten können aufgrund einer veränderten Viskosität des Cervixschleimes eingeschränkt fruchtbar sein. Methoden der künstlichen Befruchtung können aber einen Kinderwunsch erfüllen. Das war der erste Teil zur Mukoviszidose. Vielen Dank fürs Zuhören. Im Teil 2 geht es um die Therapiemöglichkeiten der Mukoviszidose.